Das eine Rettung mit der Fackel connecten, ich connecte hier gleich mal was anderes, nämlich ein Disconnect, gucken wir mal da, so, und Chat, oh das sind wieder, eieiei, hokus pokus, das ist schon wieder, darkness ist echt, das hilft mir gar nicht, ich sehe da nur durcheinander, warte, mir hat noch was geschieht, das ist jetzt, weil die andere Technik da noch dran ist, hier habe ich das andere, unter der Fackel geht es weiter, ajo, unter der Fackel geht es weiter, lass mal eben, lass mal eben, scheiß Bacon, macht hier alles kaputt, der Bacon, warte, ich habe hier ein Bild jetzt, ist das jetzt drunter, oder, auf der gleichen Ebene, ne, das ist gleiche Ebene, gleiche Ebene, aber so hatte ich das doch, warte, hier, nicht da, sondern hier, den da weg, also noch einen dazwischen weg, also hier anfangen, also müssen wir weit rollen, nö, da kriegt der gar kein Strom, da kriegt der gar kein Strom, und irgendwieetos. Hallo und herzlich willkommen hier bei euren Sebo-Kraft, ne ich bin einfach, ich bin da nur der O-Kraft, Sebo-Kraft. Olli, frohes Neues auch an dich Danke für zwei Monate, vielen lieben Dank So, die Slimer, danke dir Das war es schon Das war es schon Jetzt müssen wir natürlich hier Machen wir ein bisschen anders Ich packe hier Kann ich jetzt, warte, ich muss da testen Das muss ich jetzt noch testen, ob das so geht Es funktioniert Let's go, danke schön Für die Hilfe Oh ja Ein sehr enges Zeitfenster, ich sag's euch Da ist ein Man muss hier schon rennen, ne Oh, das ist gut Wer zu Party will, muss rennen Weil wer läuft Hat auch Glück Ne, das ist gut so Leute, glaubt mir Glaubt mir, das ist gut so Kondensator Nix Kondensator Ich musste einfach nur einen Schalter hinsetzen Was wollt ihr denn jetzt alle wieder mit dem Kondensator? Warum kompliziert werden denn einfach geht? Pass auf I show you what I can I show you what I can So Das Signal kommt So Signal geht hier Pass auf I show you what I can I show you jetzt what I can So, zack Ja, warte Signal wird ein bisschen dauern jetzt So, Abfahrt Lass mich hier hoch, bitte Wiederhelfen Sie mir Ich bin in Gefahr So Steinchen hochbauen Pass auf, warte mal Ich zeig euch da So, pass auf Druckplatte Okay, der hat echt eine lange Leitung Dann müssen wir andersrum drehen So Dann müssen wir auch noch drücken Hä, das bringt ja gar nichts Bringt doch gar nichts Und natürlich bringt das was Aber es reicht Es reicht für das, was ich vorhabe Es reicht Pass mal auf, wie viel Zeit wir jetzt haben Im Gegensatz zu gerade Pass auf Merkst du? Und dann kommt das hier Dann muss ich aber hier noch Einen Zwischenbauen Möchte ich wohl gerne Gesundes Neues Du alter Lachsnacken Cebukus, Cebukus Habe ich jetzt gerade mal abgebaut Ein Redstone Jetzt kann ich da schon wieder reingucken Ne, hatte ich nicht Hier war nix Oder? Ne, weil der Stein leitet Ja Oder? Bin ich jetzt doof? Oh Mann Ein Schlag Und er ist Ich mach den Bacon jetzt kaputt Nerviges Kackding Mach aus Und ich will nur dat Gib mir Eisen Zack So, mach mal Hier Resistenz Zack Abfahrt Oh Da war ne Fackel Stimmt Oh, ist das ätzend Wie kann man mit so was arbeiten? Ich sag's euch, wie das ist Hier war ne Fackel dran Auf welchem Level war die Fackel? Ich glaub, die war hier So Gute Nacht jetzt Ey Passt Zumachen Gute Nacht Schlafzeit Zack Abfahrt So Jetzt haben wir genug Zeit Gesundes neues Jahr Ey, dir auch Danke dir Christian Dankeschön für fünf Monate Okay Ich baue dann erst hier alles wieder an Wenn es auch funktioniert Ich kann dat gar nicht Dat geht gar nicht Hier Zeitverzögert Dat geht gar nicht Kann ich da nen Repeater? Warte, der kriegt das Signal ja Kann ich da nen Repeater hinsetzen? Kannst du mir testen? Dat geht Andersrum Wenn dat jetzt falsch ist, Mortis, ne? Dann wär ja aber fuchsteuig, wenn's wird Ich hatte jetzt grad kurz mal den Gedanken, dass ich richtig lag Ja Ja, gut Ich muss jetzt aber hier irgendwie hochkommen Wenn dat nicht klappt, dann lassen wir dat Dann Muss Müssen die Leute halt rennen Egal Gehst halt auf ne Party Dann musst du halt mal schneller in ne Bar kommen, ne? So Zack 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 Hier kann ich mich nirgends hochbauen Das ist das Nervige Mega nervig Auch nicht Dann ist Pech Tut es jetzt wenigstens? Jetzt tut es Dann ist gut, wir lassen das Wir müssen die Leute halt schnell reinrennen So, Punkt Euer Abend Wir haben es fertig So So Und zum Thema Macht das doch mit denen Geht ja nicht Jeder wüsste Jeder könnte logisch denken Pass mal auf, wenn ich das jetzt so machen würde Wie ihr das sagtet jetzt Aber ich muss das gleiche nach oben machen Deswegen Warte, machen wir gleich Ich mach erstmal zu So Erstmal zu Jetzt müssen wir das gleiche aber noch oben machen Wir müssen da alles zusammen Oh Wir müssen da alles zusammen connecten Also das dauert noch ein bisschen Das dauert noch ein bisschen Abfahrt Groß Neues an alle, die jetzt noch dazu stoßen Grüßt euch Danke für die Follows Dankeschön So Ist doch viel einfacher Ne Das ist jetzt auch easy Ich weiß jetzt wie das funktioniert hier Ich weiß wie der Stein tickt Ich weiß jetzt wie der Stein tickt Soll ich euch sagen wie der tickt der Stein Wollt ihr das wissen Ich glaube da will keiner wissen Wirdet ihr aber jetzt erfahren So Abfahrt Mach erstmal Platz hier So Da oben müssen wir hin Hier ist die Door So So Dann heißt Das gleiche Spiel nochmal in bunt So Es muss hier Der stickige sein Den platziere ich auch schon mal Oder Ja Ja Es muss hier Aber nicht so So Das ist schon mal right Sebo you are right So 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 Dann gleiche nochmal in bunt Jetzt Ohne einfach miteinander verbinden Den Pisten eins höher Ja wenn ihr das sagt Dann ist das wohl so Dann hier einen Ah ja stimmt Genau Habt ihr recht Richtig Habt ihr recht So Gut Dann Ich versuche da jetzt mal Jetzt einfach mal In eins durch So als wäre ich total der Profi Als würde ich das schon 30 Jahre lang machen Mich mit dem scheiß roten Stein zu beschäftigen So Und zwar Braucht unser Freund hier erstmal Platz Damit er überhaupt arbeiten kann So jetzt sind wir auf dem Level Wo wir sagen können Hier geht's los So Warte ich Ich mache jetzt einfach Frei Schnauze wieder Wenn es falsch ist Könnt ihr schreien Ich werde es eh nicht gucken Jetzt ziehe ich nämlich durch Warte Ich ziehe jetzt durch Und aufgeräumt Da kann so ein scheiß Dings Wieder nicht sein Ich gucke nämlich Das wieder von Von dem Schleimer hier ab So Zwischen Redstone und Dings Muss einer frei Ich glaube Das wird nicht funktionieren Hier oben Genau Weil wir ja das hier haben Das wird schon nicht funktionieren Deswegen muss ich jetzt sowieso anders bauen Muss sowieso anders bauen Das wird so nicht funktionieren Und ich Könnt ihr vergessen Dass ich das genauso scheiße aussehen lasse Wie hier vorne den Eingang Das mache ich nie nochmal Das verspreche ich euch So weit ich hier sitze Muss ich aber wahrscheinlich Der bewegt sich gar nicht so Von zum Benni Das stimmt nicht Ich bin Profi darin Achso Police Danke dir Was läuft da eigentlich Ein Countdown Einfach ausrufen Zeigen Timer eingeben Ein höher Also Ihr seid genauso hilflos wie ich Oder Sollen wir einfach abbrechen Und einfach alles mit TNT zerschreddern Soll ich einfach ein TNT setzen Und alles was wir mit Redstone gebaut haben Einfach kaputt machen Weil mich Mich regt dieser Stein auch Der ist wie gesagt Das ist nicht das Was ich hier zeigen will Also ist gar nicht mein Humor Und ich sehe Leute Wenn Wenn ihr mir jetzt helfen wollt Indem ihr sagt Ja du musst noch einen Block nach außen Mache ich nicht Es sieht so gut aus wie es ist Und das möchte ich nämlich nicht So Hier noch Ich könnte das Spiel doch umkehren Ich könnte das Spiel doch umkehren Ich könnte das Spiel doch umkehren Umkehren Da könnte ich doch umkehren jetzt gerade oder nicht Warte Müssen wir da rum Müssen wir da rum Bringt alle nix Was für facke noch einen Block höher Was ist denn jetzt wieder los Jetzt muss es wieder einen Block höher Gerade war es wieder richtig Kannst du bitte jetzt mal Platz machen Thank you Block ein Ach ja war das Pisten Ja 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 alles klar ich verstehe Ich verstehe was ihr meint Ich verstehe was ihr meint Ja Jetzt Sollte eigentlich logisch gesagt Ach ist egal Ich verstehe selber nicht was ich hier rede Aber Wir machen das schon Nein So hier ist der Block dran Hinter dem Block muss direkt Hinter dem Block mit der Fackel Muss direkt ein Redstone sein Hinter dem Timi Tim Tim 69 19 Monate ist er schon dabei Timi Tim Tim Dankeschön Für 19 Monate super Dankeschön Und wir kommen zurück mal wieder Timi grüß dich So Jetzt muss ich hinter dem Redstone Direkt hinter der Redstone Fackel Muss ich hier Redstone platzieren Also hier Also hier So Und er Gibt das jetzt weiter An den Kollegen Und der Kollege Gibt das jetzt weiter An den Kollegen Und dann Haben wir wieder Platz Mangel Und sind jetzt hinten an der Base Sauber Relöst 3 Dollar Tried Vorm Pleelomon Pleelomon Warum Wenn ich sowas höre Dann verstehe ich noch weniger Alles fit bei dir Ja Timi Timi Du hast da Da muss man auch dazu sagen Da hast du auch ein dickes Stück Dazu beigetragen Wir sind jetzt Ich mach das jetzt hier Vollzeit Timi Glaubst du das Timi Ich bin jetzt Vollzeit Zeit Streamer Glaubst du das Timi Timi Ich mach das jetzt echt Vollzeit Ne Also ehrlich jetzt Ohne Spaß Ich mach das jetzt hier Vollzeit Oh no Oh no Wann hab ich jetzt getan Hab ich wieder alles kaputt gemacht Ne Die Druckplatte ist noch da Ne Hab ich schon wieder alles Ne Die Tür ist noch ein weiter Hier muss das Redstone hin Leute Wenn der Duck klappt Dann fresse ich wirklich einen Besen Aber zwischenzeitlich noch Noch ein Noch ein Dings machen Ne Ein Verstärker Noch ein Verstärker